Hallo, heute möchte ich mich bei euch herzlichst dafür bedanken, dass ich 3000 YouTube-Abonnenten habe und für eure Treue möchte ich als Dankeschön ein kleines Gratis-Video natürlich zum Fach NTG machen, das möglicherweise so oder so ähnlich in den Prüfungen vielleicht demnächst abgefragt werden könnte. Es geht dabei vor allen Dingen um Leistungen am Motor und Wirkungsgrad in einem System. Bei der Aufgabe geht es um ein Hydraulikaggregat, so wie wir es hier sehen. Das Hydraulikaggregat ist aufgebaut mit einem Drehstrommotor oder ganz allgemein mit einem Motor, mit einem Ölbehälter, der als Vorrat dient. An dem Motor ist eine hydraulische Pumpe angeschlossen, die man hier jetzt nicht sehen kann und diese Pumpe fördert dann den Ölstrom zu einem Druckbegrenzungsventil und zur Entnahme in den Druckanschluss. Das Ganze ist praktisch mit einem Manometer ausgestattet, um zu sehen, mit welchem Druck das System arbeitet. Mehr kann man vielleicht am Schaltplan erkennen. Wir sehen hier den Behälter. Wir sehen hier die Pumpe, die den Öldruck aufbaut und in das System abgibt. Wenn von dem System kein Volumenstrom abverlangt wird, fördert die Pumpe weiter hier über ein Druckbegrenzungsventil, so dass der Systemdruck hier also in der Sache geregelt ist. Die Pumpe wird angetrieben über einen Motor und hier sehen wir den Tankrücklauf. Dieses Aggregat ist so aufgebaut, dass hier ein Filter eingesetzt ist mit einem Rückschlagventil. Über eine Meldeeinrichtung wird dann hier die Verschmutzung des Filters signalisiert, denn wenn der Filter sich zusetzt, kann hier über den Bypass das Öl tatsächlich dann zwar ungefiltert zurück in den Tank laufen. Das ist der Sachverhalt und wir wollen uns jetzt mal ein kleines bisschen mit den gegebenen Daten befassen. Tatsächlich ist es ja immer so, dass die IHK ein Verwirrspiel mit Daten liefert, um den Prüfungsteilnehmer zu verunsichern und dazu muss man sich zunächst mal vielleicht einfach mal anschauen, was man so alles hat. Ich habe das hier schon alles so zusammengetragen. Die Pumpenabgabeleistung, das heißt also hier vorne diese Pumpe, gibt 2,4 kW ab. Der Pumpenwirkungsgrad beträgt 0,81 oder 81 Prozent. Das heißt also, wenn diese Leistung abgegeben wird, muss natürlich die aufgenommene Leistung größer sein, um die Verluste der Pumpe zu decken. Das haben wir schon verstanden und würdigen das erstmal, indem wir es zunächst mal versuchen, nicht zu vergessen. Dann haben wir hier die Leistungsdaten des Motors. Aufgedruckt sind U gleich 230 Volt, 50 Hertz und so weiter. Die Verluste des Motors betragen 14 Prozent. Die Verluste entstehen am Motor ja wodurch? Natürlich durch die Kugellager, mit denen der Anker gelagert ist. Aber vor allen Dingen sind es eben auch Lüftungsverluste, denn hier oben in dem Bereich befindet sich ein Lüfter, der die Luft ansaugt und dann hier über die Kühlrücken den Motor kühlt. Und diese Lüftungsverluste sind nicht ganz unerheblich. Also hier in diesem Fall jedenfalls insgesamt 14 Prozent. Auf dem Leistungsschild sind Angaben tatsächlich nicht mehr ganz richtig zu lesen. Zum Beispiel den Wert des elektrischen Stromes, der ist eben unleserlich. Na und bevor man jetzt sich der Aufgabe zuwendet, schauen wir uns doch zunächst mal an, was denn die Fragestellung ist. Geben Sie aufgrund der von Ihnen benannten Daten die Stromart des Antriebsmotors an und begründen Sie Ihre Aussage. Naja, wir versuchen das zusammenzufassen. A. Was wissen wir? Wir sehen, dass wir eine Netzfrequenz von 50 Hertz haben und daraus kann man sofort schließen, das ist Wechselstrom. Wechselstrom und die Begründung schreiben wir mal hier von mir aus hier in orange da hin, damit das dann auch besser leserlich ist. Weil F gleich 50 Hertz sind. Das ist das eine. Aber nun wissen wir natürlich auch, dass der Motor möglicherweise mehrere Phasen haben kann, weil wir hier U gleich 230 Volt sehen, können wir daraus schließen, eine Phase Doppelpunkt weil U gleich 230 Volt sind. Dass solche Motoren überhaupt laufen, liegt letztlich mit daran, dass also Kondensatoren verbaut werden, die ein umlaufendes Wechselfeld im Motor erzeugen, allerdings eben auch dazu führen, dass die Gleichförmigkeit in der Bewegung des Motors eingeschränkt ist. Das ist nun mal Fakt. Tatsächlich sehen wir auch noch den Cosinus Phi-Wert und den Cosinus Phi-Wert, den haben wir tatsächlich auch immer nur bei Wechselstrom, also können wir auch schreiben, weil Cosinus Phi gleich 0,83 sind. Das wäre die Antwort zu der Fragestellung A. Stromart, Wechselstrom, einphasig und die Begründung haben wir gleich mitgeliefert. Ich denke, für die Punkte müsste das ausreichen. Keine Ahnung, wie viele es im Moment sind, aber mindestens drei oder vier würden es wohl schon sein. Kommen wir zu der Fragestellung B. Berechnen Sie nachvollziehbar erstens, na dann müssen wir jetzt hier eins schreiben, den Motorwirkungsgrad. Na ja, ich dachte, wir hätten hier Angaben zu den Verlusten gemacht und wenn wir den Motorwirkungsgrad haben, Motor Wir Kungs Krat dann ist es ja immer nichts anderes als Eta M nenne ich das Ding jetzt einfach mal 100% minus der Verluste von 14% sind letztlich unsere 0, nein, unsere 86% und das entsprechen unsere rechnerischen 0,86 mit denen wir dann später in den Aufgaben weiterarbeiten. Jo, damit haben wir die Frage 1 nach dem Motorwirkungsgrad besprochen. Die Aufgabe 2 würde sein die Pumpenaufnahmeleistung 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 Doppelpunkt also die Pumpe hat also einen Wirkungsgrad von 0,81 naja und wenn diese Leistung abgegeben wird hier vorne muss natürlich die Pumpe insgesamt gesehen eine höhere Aufnahmeleistung haben nicht um 19% mehr das wäre praktisch dann eine falsche Rechnung wir rechnen immer mit dem Wirkungsgrad und dann könnten wir sagen die Pumpe wäre doch nichts anderes als und da schreibt man dann auch wenn man nicht so ganz genau weiß wie die ganzen Hieroglyphen heißen sollen einfach die Leistung mal hin 2,4 kW geteilt durch den Wirkungsgrad und hier schreibe ich ihn gleich hin mit 0,81 und ich habe es schon noch ein bisschen vorgerechnet damit wir hier nicht so wahnsinnig viel Zeit verschleudern 2,963 kW also die Pumpe gibt 2,4 ab muss allerdings hier vorne 2,963 kW aufnehmen damit die Verluste beim Aufbau des Druckes und des Förderns gedeckt werden können zu 3 die Motor Abgabeleistung Motor Abgabeleistung Doppelpunkt Das wäre P Motor Naja und wir sind uns doch einig Das was die Pumpe letztlich aufnimmt muss ja auch der Motor liefern Aus diesem Grunde ist natürlich die Motor Abgabeleistung genau das gleiche wie P Pumpe und das entspricht dann wieder 2,963 kW Leichtes Spiel Schnell verdientes Geld Allerdings muss man sich natürlich in dem Gesamtschluss des Energiesystems hier schon hinreichend Klarheit verschafft haben zu 4 Das wäre die Motor Aufnahmeleistung Motor Auf Name Leistung Doppelpunkt P M A So nenne ich das jetzt einfach wäre natürlich wieder nichts anderes Also wenn der Motor diese Leistung abgibt dann müssen natürlich die Verluste von 14% wieder mitgedeckt werden und wir können sofort schreiben das muss der Motor abgeben geteilt durch den Wirkungsgrad vom Motor wären also 2,963 kW geteilt durch naja den Wirkungsgrad haben wir uns ja hier schon ausgerechnet wird 0,86 und das wäre dann tatsächlich 3,445 kW wenn man es dann mit den Zahlen glaube ich ganz genau rechnet das heißt der Motor muss diese Leistung aufnehmen damit er letztlich die Verluste irgendwie von Motor und Pumpe und so weiter hin zur Pumpenabgabeleistung dann decken kann zu 5 gefragt ist hier nach der Stromstärke und da wir hier oben schon wissen dass es sich um einen einphasigen Motor handelt zwar mit Kondensatorbetrieb und diesen Cosinus-V-Wert hat kommen wir erstmal zu der Frage I M Aufnahme Doppelpunkt wir können in der Formelsammlung für einphasigen Wechselstrom ablesen P ist gleich U mal I mal Cosinus Phi und diese Formel stellen wir natürlich zu der gesuchten Größe I um und daraus folgt so schreibe ich mal I ist gleich naja das U muss auf die andere Seite also P geteilt durch U mal Cosinus Phi und wenn wir das jetzt mal einsetzen das nimmt ja der Motor auf und wir denken bitte daran nicht leichtfertig werden auch wenn man sich schon richtig auf der Siegerstraße fühlt Basiseinheiten einzusetzen das wären dann 3445 Watt geteilt durch meine 230 Volt mal den Cosinus Wert von 0,83 nicht den Cosinus da nochmal daraus herausziehen das wäre sicher falsch 0,83 und ausgerechnet bekomme ich dann 18,05 Ampere ein schönes Ergebnis so ist es und letztlich wird hier noch schlussendlich danach gefragt wie groß ist der Gesamtwirkungsgrad des Systems Gesamtwirkungsgrad Eta Gesamt naja und auch dort finden wir in der Formelsammlung dass der Gesamtwirkungsgrad nichts anderes ist als das Produkt der Einzelwirkungsgrade da wir Pumpe und Motor haben können wir es natürlich sofort einsetzen also der Motor Wirkungsgrad das wäre Eta Motor mal Eta Pumpe und wenn wir uns das so angucken sehen wir Motor Wirkungsgrad wäre 0,86 der Pumpen Wirkungsgrad wir haben ihn dort oben nicht explizit nochmal ausgeschrieben sind aber 0,81 im Produkt wenn wir es ausrechnen kriegen wir tatsächlich einen Wert von 0,6 9 6 6 dabei heraus und das entspricht letztlich einem Zahlenwert von naja genau genommen 69,66 Prozent oder rund 70 Prozent Jo alles für sich betrachtet schnell verdientes Geld wenn man weiß wie es geht ich hoffe es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht bis zum nächsten Mal